Herzlich Willkommen zurück von einer weiteren Folge Worms Revolution mit dem Yugi Hallo und dem Savvy, oh das kann aber ziemlich spät Hallo Leute, hier soll der Sachs und ja wir spielen heute Worms und der darf sogar auch anfangen Ja geil! Geh auf den grünen Savvy, geh auf den grünen kill den grünen Achso und wir spielen auf Rocket and Grenade Was dürfen wir eigentlich? Ey das fand ich jetzt nicht so in Ordnung Ah! Scheiße! Ich habe zu spät gesehen, du bist nur ein Gegner Das war aus Versehen, sage ich so Bist du auf mich? Ja du bist ja auch auf mich gegangen Nein! Nein, du hast ja mehr Schaden gemacht Ich bin mir allein Mal sehen, wir sind ja Oberkiller Ja Alter, haben sie daneben, weißt du das? Ey ich fuhre wieder auf mich Hört doch mal auf, um auf mich zu gehen, das finde ich nicht in Ordnung Bis gerade der am nächsten steht So, mal sehen, äh, wut So, mal sehen, äh, wut Und ich macheeeee Eingeal Wer ballert auf mich? ja trotzdem ein von meinen getroffen aber nicht viel schaden warte mal wo ist der der b er ist grün ja noch besser grün Alter! Ich hab' echt noch einen Sinn. Genau! Du hast mich erwischt! Du hast mich erwischt! Ja, da war ein Frosch und der hat die Granaten abgeschaltet! Oh oh! Oh, ich bin dran! Ja! Da bin ich dran! Da schießt er unten auf die beiden grünen! Hast du schon Dynamit frei? Nein, mach mir ne Rakete! Mach ne Rakete! Tschüss! Nix passiert oder was? Boah, Junge! Ich denke, das werde ich brauchen! Jo, das kann ich gut gebrauchen! Ey, Sebi! Geh' doch nicht auf mich! Geh' doch nicht auf mich! Was hab' ich dir getan? Ach, scheiße, hab' ich gar nichts! Ja, mach' los! Schieß! Schieß! Schieß auf deine eigene Leute! Ich bin rot! Au! Hey! Find' ich nicht gut! So, Mike ist dran! Ach ja! Tschüss! Mann! Der verpisst sich! Schieß! Ja, das ist eigentlich ne gute Idee, oder? Nee, da kommt jetzt einer von euch noch mit rein! Wo rein? Ey, lasst mal alle sein, dass es noch teleportiert! Hey! Die wollt' ich holen! Ich werde kippiert! Wichtig! Wichtig, so! Aber falsch! Tja, Yugi! So, Mist! Alter! Du kleiner Piss! Wenn man genau drauf geht, dann zeigt er's nicht an! Oh, scheiße! Ball fail! Net dran! Sebi wär' ja so! Ja, Sebi! Let's get in green! Du schießt auf mich! Okay! Oder auf mich! Ja, voll zu sehen! Geil! Fast getroffen! Ey, der Yugi hat noch... Boah, der hat kaum einen Charge! Ja! Alter, kommt noch! Ich werd' mich nur allein... Nein, du... Ach, das ist heute nicht die Scheißkiste, der Penner! Nein, TNT ist noch nicht frei, aber... Ach, Yugi, weißt du was! Weil er bewegt, er ist weg! So, so! Knallst mich weg, dann! Puh! Oh, jetzt ist TNT frei! Ja, hier geht's! Ach, nein! Ja, du... Tschüss, verabschied ich schonmal von Sam, Sebi! Ja! Ja! Warum machst du mehr nach, Yugi? Ich weiß nicht! Bietet sich so an! Fuck! Er ist nur noch drei! Yugi, du musst diesmal gewinnen! Äh, ja... Wer weiß... Dann hast du nämlich auch mal gewonnen! Einmal hast du ja gewonnen! Nee, das hast du eigentlich... Bis jetzt hast du einmal gewonnen! Aber weil ich jetzt... Ich spiel! Da war der Mikey auf einmal weg, ne? Ach, nee, war der mal... Ja, nee, ich hab gewusst auf mich, ich werde gehen! Der Penner! Was hast du? Ich hab gewusst, ich werde auf mich gehen! Der hat 125 Schleifen da unten, der eine wohnt! So? Was? Okay, das Dynamit hätte ja aber einen größeren Sprengradius... Äh, haben können! Kiste! Aber nicht für Yugi! Was meinst du die Sekunden? Was haben wir denn da noch so? Ich spring mal! Was gibt's denn hier so, hm? Geh auf den grünen! Oh mein Gott! Bitte auf mich! Die hat den nicht getroffen! Was? Die hat den nicht getroffen! Jawohl! Ein bisschen! Ja, mich hat die getroffen, aber nicht Sonny! Ja! Hat er Glück gehabt! Die Clustergranate ist voll scheiße! Das ist nur, wenn da mehrere Buh stehen, dann kann man die gut benutzen! Okay! So, Denner hab ich los! Endlich! Genau! Remember me! Ich werd mich dran erinnern, Servi! Ja, was mach ich jetzt mit dir? Ja! Ja, dann schraub dich mal frei! Ja, ja! Der gute alte Brenner! Du kannst da gern ein Loch reinmachen! Ich schieß dir dann nachher was da rein! Och ne! Und da haben wir noch... Ey, ich bin dran! Gepennt, Alter! Ich bin dran! Der Sebi! Hi Sebi! Und da haben wir noch mal nirgends anderes! Ja, fuck! Ja, fuck! Ich bin dran! Und wer jetzt schießt auch den 3 und 5er? Das hast du eh... Wow! Hab den getroffen! Und jetzt schmeißt jemand eine Granate da unten rein! Und das muss der Yugi machen! Ich hab da oben nämlich keine Würmer mehr! So! Jetzt kommt die Rache! Nein! Nein! Au! Au! Ich komm dann zu dir! Du hast schlechte Chance! Yugi! Weißt du wieso? Warum? Weil ich bin da unten mit 2! Und du bist da allein! Sooo allein! Allein! Aber ich verliere sowieso! Dann ist doch der hat doch 6 Le... Oh! Nein! Yugi! Na rein! Doch! Geh auf den Sebi! Ja! Aber Sebi ist nicht die Umgebung! Doch! Der ist da oben! Wissi so! Tschüss! Hahahaha! Frey hat gemacht! Er hat nur einen! Hittig! Weggefetzt! Auf den! Fack! Aaaaaaah! Das ist so wie... Die Anfänger-Dinger immer, ne? Wie ein super Mann! Tja! Ich wollte springen! Nicht in Vorheran! Ja, der wird selbst nicht hängt sich das selber um! Ich hab grad'n Déjà vu! Ich habe mich selber oben gebracht. Der hat da unten noch. Wo willst du denn hin? Ja, auf jeden Fall nicht nach oben. Wir ballern auch der jetzt schön selber weg. Obwohl der Sebi bringt sie glaube ich auch selber oben. Und dann schlag ich zu. Ich habe noch keinen Plan wie ich hier rauskomme. Ich bin da unten. Das ist besser. Ich sollte es teleportieren, also keine andere Wahl. Was ist denn das Magnet? Irgendwie sieht es hier nicht so doll aus. Nö, komm nicht weg. Was? Ja, du... Nee, nee. Und die Zeit überspringen. Ja, das Zeit überspringen kannst du mit dem Spring sein. Mit der weißen Fahne gibst du auf. Ja, ich habe das vertauscht. Ja, ich hätte es gelacht, wenn du auf die Leertaste gedrückt hättest. Nee, ich habe gar nichts gemacht. Oh, hi, der Sebi kommt mich besuchen. Fing aber nicht so nett, Sebi. Was haut der da ab? Aber ich finde es gut, dass ihr da unten beide zusammen seid. Der geht sofort weg. Nein. Verzieht sich. Ja. Damit er mich nicht trifft, wenn er das da gleich explodiert. Jo, Zeit überbrückt. Jo, ich kann doch nichts machen. Jogi, weißt du was? Kannst du dich teleporten von hinten? Da wo ist der... Mikey? Von hinten. Jogi, du kannst dich ja mit nem Brenner runterschneuen. Was machst du da? Bring! Ich mach mir ein Loch da unten rein. Ich komm gleich zu euch. Äh, ich glaube, wir müssen auf Jogi gehen, hört sich's mal, weil der hat so viele die Kleine. Weil der hat doch alle vier Würmer. Ja. Hm. Und die stehen da unten ganz sicher. Hm. So ziemlich. Oh, was bastelst du dir da? Ach, der bastelt zu nem Mauer oder was? Wie dreht man ihn um? Mit T. Mit T. Mit T. Neben Kuh. Neben Kuh, ja genau. Hurray! Debbie, das hätt ich genau andersrum getreten. Ja, aber warte! Ein Loch reinmachen und ne Granate runterkutern lassen. Ein point! Zeit übersprungen? Ja. So. Ich lass euch da oben mal die Köpfe einhauen. Am Ende gewinne ich. Am Ende gewinne ich. Das bringt nix, oder? Was hat er vor? Move it! Was? Hast du da reinwerfen? Final! Ha! Oh! Oh, oh! Der Problem! Was? Ach! Hast du ein Problem, oder? Entschuldigung, bei mir ab und zu mal so ein bisschen rucket. Ich renne da im Hintergrund nämlich noch im Video. Ah, ich hab nur einen Zeleg. Du bist dran. Du bist dran. Du bist dran. Leer-Taste drücken. Leer-Taste drücken. Überbrückt. Ach, Yogi. Du glaubst doch nicht, dass du hier... Reinkommst? Reinkommst. Ja, wer weiß. Was? Das wär' nicht! Baut zu. So. So. Oh, man. Ach, das komm ich auch nicht mehr raus, aber... Naja. So, Yogi, jetzt... Da ruf noch ne Granate hin, und dann hast du ein Loch, und dann kannst du mal Granate runterkudern lassen. Ich frag mich gerade, wie ich was mit ihm da mach. Was ist eigentlich das hier? Keine Ahnung. Hm. Achso, der... Der zieht Granaten an. Warte! Freut dich nicht. Wenn jetzt alle die Zeug überspringen, dann kann er... Ja, was soll ich denn machen? Da unten. Ich komm gar nicht weg, hab keine Kisten, gar nichts. Hm. Was kann ich machen? Ah, jetzt weiß ich! Ich nicht! Kein Bock mehr! Oh, Mann, der... Ja, wenn das so langweilig! Na ja, Yogi, dann... Ja. Ja. Hahaha. Hahaha. So, Mike. Was geht jetzt? Ah, hier hat Trickshot. Warte mal, diese Granate wird jetzt den Yogi treffen. Ach stimmt. Oder auch nicht. Schal. Aber ein schönes Loch hast du gemacht. Ja. Jetzt komm ich jedenfalls wieder raus. Hahaha. Der da unten. Yogi! Kannst du dich teleportieren einfach? Drück die Leertaste! Drück die Leertaste! Ich komm nicht hoch! Ich komm nicht hoch! Ich komm nicht hoch! Huuu! Huuu! Springen doch nicht! Das ist Kuh drücken! Bei mir ist das Kuh! Achso! Warum hast du das bei dir auf Kuh? Weil die Leertaste bei mir springen ist! Wie immer! Ja, normalerweise bei mir auch! Da kommst du nicht hoch, hä? Haleoppa! Oh! Ja! 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 Was macht der jetzt? Ach, der sprengt sich da durch! So! Ich komme! Noch ein... Äh, irgend'was bin ich da durch! So... Das war eine Granate einfach. Jawoll! Aber jetzt wird er in geile Falle. Der lebt noch. Das war ein Pech, gell? Ich hau mit dem am besten ab. Hochschmeißen kann ich nichts, oder? So, du bist dran. Ja! Oh ja, eine Kiste. Für mich. Die triffst du nicht. Das war super aber. Ich schätze. Ich wollte er auf eine Sekunde stellen, warum hat er denn nicht? Ja, okay. Okay. Gefällt dir. Tschüss! Gibt er mich in die Ecke? Ja. Das wird eine etwas längere Folge. Ja. Der wird da immer kleiner. So. So. Er kommt jetzt von hinten. Na du Trottel! Der war zu viel Wind, Juggie. Voll scheiße. Ja. Wieder nicht erwischt. Nicht so wie ich wollte. Let's go! Ah oh. Hm. Mach da ein Loch. Obwohl. Ne. Das sollte ich nicht machen. Doch mach das. Das sieht gut aus. Ich versuchst du mich zu treffen. Aber das finde ich auch nicht schlecht. Krasier da alles weg. So. Da wirf doch eine Granate rein. Die wird's doch nicht treffen. Ach. Ja okay. Mach's mir noch leicht. Nicht so weit. Nicht so weit. Oh. Okay. Ach ja. Er trifft jetzt in dieser Loch ein bisschen in den Arsch. Oh. Das war kraft. Drei Schaden. Aber das war schon knapp. So. Bring den einfach um. Wird er leichter. Nein. Ich will den nicht töten. Wer weiß was da noch passiert. Das macht er mit den anderen zwei doch noch irgendwie platt. Bringt er sich versehentlich um oder so. Oh. Jetzt hast du Chance. Zu ihm wegknallen. Mit Bazooka. Oh. 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 Ich droge nicht. Ich treffe den von da unten nicht. Nein. Ich treffe den von da unten nicht. Bringt nicht. Die zwei da unten. Das ist kein Teleport. Nein. Leider nicht mehr. schießt die ganze zeit auf mich jetzt bin ich ja ja los brennt nicht dadurch jetzt hast du problem ballern das mag ich aber nicht juli 14 115 er schießt auf mich ich fühle mich gut nicht gut nein so die anderen beiden werde ich jetzt töten tja mit denen kannst du nix machen oder doch aber mich wirst du mit denen nicht treffen aber guck mal das video ist fertig jetzt dürfte es wieder rücke frei laufen so jetzt kannst du auf dem schießen knapp ich hab dich getroffen was macht jetzt noch so ein ding das fehler weil ich was zu viel diese firma deswegen als ein fehler ja ich hätte die doch töten sollen doch jetzt kommt der sechster dran aber ich glaube das war geplant das war ein plan ja ich hätte die vorher schon tot machen sollen stimmt eigentlich die waren untauglich bei der juli warum macht er nicht auf den sechster wie er hat der sechster wie weiß ich nicht soo tschüss jogi tschüss ich mach das hier noch tschüss tschüss ich kann tschüss ich kann falsch ne zeit so tschüss 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 hoch heute Maserba mit der granate hättest mich gekillt ja ich würde auch sagen aber jetzt bist du tot ich versuche abzuhauen aber auch vorteil hast du der unten hat mehr lieber der oben so ja ja habe ich noch den unten so ein dreck wer sich verzieht doch macht es mir noch leicht genau das hatte ich auch vor irgendwie muss ich dich ja erwischen wo du die geht zu weit ein bisschen zu weit ja wer macht das hier der bw was willst du sagen wer macht das jetzt kann ich dir nicht versagen aber wenn er jetzt nicht erst ein bisschen zu doll nicht erwischt ich konnte anders machen so scheiß technik nein ja im wasser explodiert so wirklich ist ein tipp gibt mir ein tipp geht ganz zu land geht zu land und schießt ganze zeit auf den boden wo er steht ja das wird dann immer kleiner und dann er hat probleme dann bist du ganz vorne wo du gerade drauf nein ich sage ganz zu ende zu dann und da wo er steht der bande dann könntest du abkneiden und er wird irgendwann in wasser fliegen oder wird er weg ab weg gehen ja da unten ist noch ein paar schon wieder so ein stück schieß ich da auch noch weg er wird mir langsam gefährlich was ja und wieder die falsche takte erwischt so ein scheiß oh mein gott so ein fahrst du mir gemacht so werde ich will dir sagen das war es und bis nächstes mal tschau tschuuu